Moin Moin und herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Thierim, jetzt geht's weiter mit RimWorld, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Bei mir ist schon etwas her, wo ich RimWorld gespielt habe, da muss ich mal gucken, was die Sache ist. Ähm, ja, Braun ist, ja, ist okay, hier ein neues Liebespärchen haben wir, da haben wir gleich ein neues großes Bett dafür, ja, gebaut, das ist auch okay. So, Braun und Kumiko und Rika haben ein Problem, ja, Braun hat eh ein Problem, weil er irgendwie Blutverlust hat, genau, Genau, da hin, schicken wir mal gleich. Keine Waffe, ne? Äh, besorg, Braun, liebe Braun, besorg die jetzt mal eine Waffe. So, wer, wer war noch? Kumiko, was hast du für ein Problem? Ähm, bieber, 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 bieber hat auch ein Problem... und zwar diese Brummen... das geht ja wieder vorbei... okay... gut... haben wir das Problem auch gelöst... das Problem auch gelöst... das wird sich bald lösen, das Problem... gut... Brauno holt sich die Waffe... und danach sollte er sich erholen... Komiko, Komiko, Komiko... Gut, können wir mal laufen lassen... Du kannst bitte einmal weggetragen werden... Kann man dich nicht umsetzen? Hm... Ist ja blöd... Das ist ja blöd... Machen wir da... Firmher... Hm... Hm... Eigentlich wollte ich diese Folge schon mal hier mit oben anfangen... Aber na gut, müssen wir mal gucken... Aber was wir machen könnten... Ist... Das braun... Super... Du sollst dich hinlegen danach... Sehr schön... Äh... Lass uns nochmal besser abbauen... Einmal... Das war immer... Sehr schön... So... Wollen wir ein bisschen schneller laufen lassen... Wie sieht es mit Essen aus? Ja... Passt... Trockennahrung... Es geht bestimmt zu Neige... Aber macht nix... Sehr schön... Sehr schön... Sehr schön... Achso, ich habe was gesehen... Hier... Das wird gar nicht ausgesät... Warum nicht? Bitte... Aussehen... Tim... 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 Trag mal bitte die Milch weg... Sehr gut... Wie warm ist hier drin? Minus 5... Alles gut... Ja... Was macht Kumiko? Bringt Mahlzeiten... Ja... Ist okay... Sie ist jetzt... Und danach... Nimmt Reis mit... Ne... Mach mal hier... Äh... Sonnenfinitionist ist vorbei... Okay... Das ist sehr schön... Siehste mal... Jawoll... Sehr schön... Hm... 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 Mh... Orra... Hat jetzt auch ne Mütze... Jetzt fehlt nur noch Tim mit einer Mütze, dann passt das Stahl, wie viel Stahl habe ich denn hier? Nischt Nischt ist ja auch nicht viel Hier unten hätten wir noch was Aber hier oben haben wir was Ok Dann mache ich mal für die Tiere mal was Und zwar Und zwar Arbeitsplatz Hund 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 Freigang Das kannst du bitte auch einmal machen Tiere Blablabblabblabblab Super Läuft Ja guck mal Hopfen ist auch fertig Was ist hier? Rieger konnte Stuhl nicht konstruieren Der Versuch hat eine Rohstoffe verbraucht Das macht nichts Jetzt hat jeder eine Mütze Das ist gut Sehr schön Läuft Was ist mit braun? Nur noch leichte Blutverlust ist ok Bisschen Gewitter Macht nichts Also Regen hoffe ich kommt auch gleich Regen hoffe ich kommt auch gleich Regen hoffe ich kommt auch gleich Ah Ahhhh Ahhhh Hm... Was mach ich jetzt? Pause Pause hört sich gut an Heimatgebiet Ich will nicht das alles Feuer Und Feuer Und irgendwie Ja, das muss ich auch ausmachen, genau Sehr schön Ah, jetzt, jetzt, jetzt regnet's, ja? Ahhhh Heimatgebiet Weckleinern Ja, jetzt, jetzt regnet's Ja, da sind wir wieder typisch Zack 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 Ein bisschen anpassen hier Zack Und zack Sehr schön So Ja Ja Braun hat sich erholt Das ist sehr schön So So Hier oben könnten wir hier schon was hinzimmern Wie hier Da kann ich eine Tür hinzimmern Da fehlt mir ein bisschen Holz Ne Ähm Ähm Ah, ich hab hier genug Holz, ne? Timmie Timmie Timmie, 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 Timmie Trag mal Holz Egal was ihr macht gerade Trag mal Egal was ihr macht gerade Was machst du gerade? Trick, das ist okay Ja Nimm mal das mit Super Was macht der Hund Was machst du? Was machst du? Geht's jetzt was spazieren? Geht's jetzt was spazieren? Mhm Was könnte man jetzt machen? Tüdü Tüdü Gies hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen Ja Alles gut Was Was machen wir mit dir? 90% Ist ziemlich hoch, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut Sehr gut, 6% mehr Arbeitsgeschwindigkeit ist nicht viel, aber besser als gar nicht So, ich überlege, wir könnten ja mal was verkaufen Wie viel Gold, äh wie viel Silber habe ich denn hier? Das ist Uran, das ist das nicht Silber Aha Hm, ein, echt jetzt? Ein Mhm, kann man viel damit kaufen Das Bett ist frei Hey Kumiko Und Käse, ne? Äh, Gora meinte ich Kumiko Gora und Kumiko So Ich kann das Not, dieses Durchbruch auch hier machen Haa Och wie süß Ach Gott, oh Gott, oh Gott Drei Ach Gott, oh Gott, oh Gott Wie süß Okay Okay Okay, 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 okay Hier, 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 hier Wann bist du soweit? Elf Tagen Och wie süß Können wir noch dichter ran? Och wie süß Okay Okay, weiter geht's Wer schießt hier? Mumiko, was machst du da? Mach kein, mach kein Scheiß hier Das ist ja wirklich süß Das ist ja wirklich süß Muss ich ja hier noch Dann lass mich mal bei die Tieren nochmal gehen und Euch Ah, ich seid automatisch nutzt hier drin Sehr schön Das ist ja cool Was sind, was sind das denn Was sind das denn? Weibchen, Weibchen, Männchen Oh, wie süß Okay Okay Ja, unsere Kolonie Die wächst und gedeiht Jetzt haben wir ein paar Schweinchen mehr Wie sieht's mit Heu aus? Ja, ist auch nicht mehr so viel Ähm Wenn ich das jetzt umändere Ich hoffe, er macht nichts Was wird jetzt noch Schönes gemacht? Okay Komiko Äh, trainiert Fägel Okay, darfst du Das darfst du So Ähm Mach ich mal so Tich So Sehr gut Was kann man eigentlich aus Milch machen? Trinken Guter Witz Ähm Weiß ich nicht Milch Essen Wollen wir noch was Schönes machen? Ähm Biba bla 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 kocht eine Überlegungsrassen aus verschiedene Pflanzen und und blablabla ALLENINGS WEREN DABAI VIELE der Zustanden Verwendet M 123 Aheheha Okay nur ich lass das so Warte mal, Komiko? Jagts? Nee, jagt mal bitte nicht. Komiko. So, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Rika, was tust du da? Rika. Was machst du denn da? Achso, du baust, okay, okay. Naja, gut, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Also viel Spaß bei meinen anderen Videos und Tschüssi.